Wenn wir an Jesus glauben und den Namen des Herrn anrufen, wird uns seine Gerechtigkeit angerechnet und nicht alle unsere Sünden werden uns angerechnet, sind alle von unserem Konto angebucht. Und stattdessen geht die Gerechtigkeit Christi auf unsere Rechnung. Wir haben also seine Gerechtigkeit als Ticket in den Himmel, nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Das ist, was Rechtfertigung bedeutet. Die Bibel sagt so, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ein Weg, den einige Leute gesagt haben, ist, gerechtfertigt bedeutet, als hätte ich nie gesündigt. Ja, justified, just as if I had not sinned, wurde mir als kleines Kind beigebracht. So steht es hier, er war gerechtfertigt. Nun wird dies in der Bibel oft als das Gebet des Sünders bezeichnet. Weil dieser Typ, er ist ein Sünder, er ist ein Zöllner, ein Zöllner war ein schlechter Mensch. Zöllner waren schlechte Leute. Dieser Typ ist ein Gauner. Okay, er ist so etwas wie ein Oppressor. Und der Zöllner geht zum Herrn und betet und er ist demütig vor dem Herrn. Er schlägt auf seine Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Bibel sagt, dass er gerichtfertig nach Hause ging. Das ist er, der gerettet wird. Jetzt ist der Pharisäer nicht gerettet. Er fährt zur Hölle. Warum? Weil er nicht auf den Herrn vertraut, um ihn zu retten. Er vertraut auf sich. Nun, dies ist das alte Testament. Denn das neue Testament begann erst, als Christus sein Blut am Kreuz vergoss. Die Bibel sagt, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Und das neue Testament wurde durch das Blut Christi versiegelt. Jesus sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft zu meinem Gedächtnis. Also, dies hier ist eine Rettung im alttestamentlichen Stil. Okay? Was ist also der Unterschied zwischen der Erlösung im alten Testament und der Erlösung im neuen Testament? Ich habe schon kürzlich darüber gepredigt, aber ich werde es in diesem Kapitel nur ansprechen, weil es ziemlich interessant ist und viele Leute in diesem Thema verwirrt sind. Wie werden wir im neuen Testament gerettet? Nun, die Bibel ist eindeutig, wie wir im neuen Testament gerettet werden. Es heißt, Wie sind wir also im neuen Testament gerettet? Wir setzen alle unseren Glauben und unser Vertrauen auf Jesus Christus, seinen Tod, seine Begrabung und seine Auferstehung und rufen ihn zur Erlösung auf. Wir sind also aus Gnade durch den Glauben gerettet, aber es hat damit zu tun, an einen Namen zu glauben. Ein Name, es muss der Name Jesu sein. Wir bekennen mit unserem Mund den Herrn Jesus und wir müssen an unser Herz glauben, dass Gott ihn vor den Toten aufweckt hat. Es ist also der Tod, die Begrabung und die Auferstehung Jesu, an die wir im neuen Testament glauben müssen und dann rufen wir ihn einfach im Glauben als unseren Erlöser an. Sehr einfach. Es ist einfach, gerettet zu werden. Okay, was ist mit dem Alten Testament? Wie wurden sie im alten Testament gerettet? Was ist der Unterschied? Im alten Testament sind sie auch durch den Glauben gerettet. Im neuen Testament sind sie aus Gnade durch den Glauben gerettet, der den Namen des Herrn anruft. Im alten Testament wurden sie aus Gnade durch den Glauben gerettet und riefen den Namen des Herrn an. In diesem Sinne ist es dasselbe. In diesem Sinne sind sie im alten Testament genauso gerettet wie im neuen Testament. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Errettung des alten Testaments und der Errettung des neuen Testaments. Hier ist der Unterschied. Im alten Testament kannten sie den Namen Jesu nicht. Dieser Name der Erlöser war ihnen nicht offenbart worden. Als sie den Namen des Herrn anriefen, riefen sie nicht den Namen Jesus an. Sie rufen den Namen Jehova an. In den Fällen von Abraham, Isaac und Jakob kannten sie nicht einmal den Namen Jehova. Sie nannten ihn den Namen Gott der Allmächtige. Der einzige Unterschied ist also, dass sie im alten Testament den Namen von Jesus nicht kennen. Und der zweite Unterschied ist, dass ihnen im alten Testament der Tod, die Begrabung und die Auferstehung Christi nicht offenbart worden waren. Sie vertrauen immer noch auf den Herrn, um sie zu retten, aber sie hatten im alten Testament viel weniger Informationen. Im alten Testament vertrauen sie auf den Herrn, um sie zu retten, aber sie wissen nicht genau, wie er es tun wird. Sie wissen nicht genau, dass ein Sohn von einer Jungfrau geboren wird, ein perfektes Leben führen, am Kreuz sterben, begraben werden und wieder auferstehen wird. Sie wissen nicht genau, wie er es tun wird, aber sie wissen nur, dass die Erlösung vom Herrn kommt. Und sie wissen, dass er sie retten wird, wenn sie den Herrn als ihren Retter anrufen. Es geht darum, auf ihn zu vertrauen und voll und ganz auf den Herrn zu vertrauen, um sie zu retten. Der Unterschied zum neuen Testament besteht darin, dass wir die Offenbarung des Namens Jesu und auch den Tod, die Begrabung und die Auferstehung Christi als Methode unserer Erlösung haben. Aber hier ist die Sache. Im neuen Testament, du musst diesen Namen Jesus anrufen, um gerettet zu werden. Das ist anders als im alten Testament. Denn schau, im alten Testament rufst du einfach den Namen des Herrn an, solange es der Gott der Bibel ist. Sag nicht nur, ruf Gott an und du wirst gerettet. Es hieß, ruf den Namen an, den Namen des Herrn. Warum ist der Name wichtig? Sodass du die richtige Person anrufst. Im alten Testament rufst du Jehova an, du rufst Gott den Allmächtigen im Glauben an und so wirst du gerettet. Und wenn du einmal gerettet bist, bist du immer gerettet. Altes oder Neues Testament. Wenn du in das neue Testament kommst, ist die gleiche Erlösung, außer dass es jetzt mehr Informationen gibt, die wir erhalten haben. Es wurde offenbart, dass Jesus der eigentliche Retter ist, der tatsächlich für uns gestorben ist. Dann verstehen wir die Methode, dass er starb und begraben wurde und wieder auferstanden ist. So heute kannst du nicht einfach den Namen des Herrn anrufen, einen seiner alttestamentlichen Namen und einfach Jesus überspringen und den Tod, Begrabung und Auferstehung überspringen. Deshalb bevor das neue Testament in Kraft trat, hat Jesus dreieinhalb Jahre damit verbracht, sodass jeder einzelne Jude, jeder einzelne Israelit von ihm hört. Und dann, wer am Kreuz starb und begraben wurde und wieder auferstanden ist, ist das Erste, was passiert, der Pfingsttag. Leute von jeder Nation unter dem Himmel hören alle das Evangelium. Sie hören von Christi Tod, Begrabung und Auferstehung und bringen sie alle in ihre Heimatländer und die Apostel gehen predigen. Das Evangelium geht überall aus und jetzt sind die Menschen für diesen Namen Jesu und für diese Information über den Tod, Begrabung und die Auferstehung Christi verantwortlich. Vielleicht sagst du nun, Pastor Anderson, beweise mir das. Organisier dir die Bibel in diesem Kapitel an. Lass uns zu Vers 31 springen. Und ich werde dir das im Alten Testament zeigen. Die Heiligen aus dem Alten Testament, selbst diejenigen, die gerettet wurden, verstanden nicht unbedingt die Todes-, Begrabungs- und Auferstehungskomponente. Genau wie sie den Namen Jesus nicht kannten. Es sagt in Vers 31. Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und ausgespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Nun das ist das Evangelium. Dass Jesus sterben und begraben werden am dritten Tag wieder auferstehen wird. Aber was sagt es aus? Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Haben sie damals den Tod, Begrabung und Auferstehung verstanden? Nein, wirst du mir sagen, dass die Zwölf Jünger nicht gerettet waren? Ja, einer von ihnen nicht gerettet war. Aber die anderen waren gerettet. Und lass mich dir sagen, zu sagen, dass einige der Jünger nicht gerettet waren, ist eine dumme Lehre. Außer Judas. Warum sollte Jesus ungerettet Menschen als seine Schüler auswählen? Er hat nur eine ungerettete Person ausgewählt. Warum? Dass die Bibel erfüllt würde. Er hat absichtlich eine nicht gerettete Person ausgewählt. Das wäre derjenige, der ihn verraten würde. Denn um die Bibel zu erfüllen, brauchte er seinen Jünger, um ihn zu verraten. Also wählte er elf gerettete gute Jungs und er wählte einen nicht geretteten bösen Kerl. Aber zu sagen, oh, Petrus und Jakobus und Johannes, sie wurden alle später gerettet. Es ist Unsinn, mein Freund. Das ist bescheuert. Oder zu sagen, oh, König David wurde Jahre nachdem er König war, gerettet. Warum sollte Gott jemanden auswählen und salben, der noch nicht einmal gerettet ist und sagen, dass dies ein Mann nach meinem eigenen Herzen ist? Er ist nicht einmal gerettet. Diese Leute sind einfach verrückt. Warum hat er wohl König Saul ausgewählt? Weil er gerettet war. Warum hat er wohl David ausgewählt? Weil er gerettet war. Warum hat er Solomon ausgewählt? Weil er gerettet war. Er hat sie ausgewählt. Von Hand ausgewählt. Diese drei Männer, Saul, David und Solomon. Er hat zwölf Jünger ausgewählt. Absichtlich einen ausgewählt, der ein Teufel war. Die anderen elf sind gerettet. Oh, sie wurden alle konvertiert. Schau, nur weil du gehört hast, dass das Wort, das mit Erlösung verbunden ist, so oft konvertiert wurde, mag das es nicht. Das heißt nicht, wenn du gerettet wirst. Konvertiert bedeutet nur geändert, wenn du dich änderst. Veränderung im Leben. Wir ändern uns ständig und es hat nichts mit Erlösung zu tun. Also, du musst verstehen, dass die zwölf Jünger hier, ist die Bibel nicht klar, dass keiner von ihnen den Tod, Begrabung und Auferstehung begriffen hat? Hier kommt die Dummheit ins Spiel, wenn Leute sagen, Oh, es gibt mehrere Evangelien. Es gibt drei Evangelien. Es gibt ein anderes Evangelium im Alten Testament. Nein, es gibt nur ein Evangelium. Im Alten Testament wussten sie nicht so genau über dieses Evangelium Bescheid. Im Neuen Testament kennen wir mehr. Aber es ist das gleiche Evangelium. Gott hat immer vor, uns auf die gleiche Weise zu retten. Der Unterschied ist, dass sie im Alten Testament dunkel durch ein Glas seien, so dass alles, was sie wussten, die gute Nachricht für sie, das Evangelium für sie, ist, dass eines Tages der Retter kommen wird. Sie wüssten nicht, wie er heißt. Sie wüssten nicht genau, wie er sterben wird oder wie er auferstehen würde. Sie wüssten nur, dass sie gerettet werden würden, wenn sie den Namen des Herrn anrufen würden. Und sie wüssten, dass sie dem Herrn einfach vertrauen müssten und nicht in ihren einen falschen Gott, um all ihr Vertrauen in den Gott der Bibel zu setzen und dass er sie retten wird. Er wird eines Tages einen Retter schicken. Mit diesem Wissen müssten sie nur den Herrn beim Namen rufen. So würden sie im Alten Testament gerettet. Im Neuen Testament werden mehr Informationen gegeben und dieses Kapitel ist ziemlich eindeutig. Dieser Sünder, wie wurde er rechtfertigt? Durch Werke? Hatte Zöllner irgendwelche Werke gemacht? Nein. Was hat er getan? Er hat den Herrn nur um Gnade gebeten. Gott sei mir Sünder gnädig. Er gibt nur demütig zu, dass er ein Sünder ist und bittet den Herrn nur, ihn zu retten. Das ist alles. Und so werden wir gerettet und so werden sie damals gerettet. Es gibt also einen Unterschied, aber es ist nicht der Unterschied, den manche Leute erkannt haben. Sagen, oh, sie müssen Werke tun oder Opfer bringen, um in den Alten Testament in den Himmel zu kommen. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren, Bürgern, Sünden hinwegnehmen, sagt die Bibel. Wie geht es denn? Vielen Dank.